Mir ist es bewusst geworden, dass es mir nicht gut tut, als ich im Rollstuhl gelandet bin. Mein Name ist Robin, ich bin 26 Jahre alt. Ich hatte Orthorexia nervosa, Binge-Eating und viele Zwangsstörungen, die damit einhergingen. Hallo, mein Name ist Katharina Cruz, ich habe 35 Jahre alt und ich habe bereits eine Kompulsion alimentar. Du machst dein Handy auf, vielleicht hast du als Hintergrund ein Motivationsbild von einem Typ mit 8-Pack. Du machst Instagram auf und da siehst du jetzt einen Profi-Buddy-Bilder, die das ganze Jahr mit 3, 4, 5 Prozent Körperfettanteil rumlaufen. Das triggert halt immer einen, weil es einen daran erinnert, da bist du noch nicht. Die Messungen, die ich recebe, die die Medien uns dachten, die Menschen magras, die Kälte, die hinten, die hinten, mit dem Tronco, Britney Spears, Christina Aguileras, diese Influenzen, ich hatte keine Repräsentativität für meinen Körper, und ich war in einer Realität, in der wir nicht nur die Gewicht, sondern auch die Familie. Das war auch mein Círculo der Influenzen. Die Leute me sagten, dass ich das Körper hatte. Nur so wäre ich glücklich. Essen war für mich nichts, was schmecken sollte oder sonstiges. Es war einfach nur ein Mittel zum Zweck, es musste funktionieren. Also ich werde wach und überlegst, wie viele Kalorien esse ich? Wann? In welchem Zeitpunkt? Wann trainiere ich? Also dann hast du so 20 Wecker am Tag, wann du wann was isst. Du kannst nicht mehr mit Freunden essen gehen, du kannst nicht mehr ins Kino gehen. Es sei denn, das hast du im Vorfeld, im Detail, kalkuliert. Ich fühlte mich nur frei zu essen, als ich sozinha war. Ich kann dir nicht mehr erklären, was ich comia, weil du manchmal machst, die nicht so großartig haben. Ich erinnere mich, dass ich in den Pfadern, in einem Pfadern und in den Mikro-Onden zerreste. Du gehst einfach zum Kühlschrank, du hattest sonst eine perfekt durchgetrackte Ernährung, hast dir viel verboten und auf einmal siehst du diesen Kühlschrank, da steht ein ganzes Ben & Jerry's und ein Kilo Nudeln vom Vortag. Und auf einmal siehst du dich quasi von außen, wie du den ganzen Kühlschrank aufisst. Und dann übergibst du dich wieder und dann findest du dich auf dem Klo wieder und nicht so scheiße, das war ja übelst kacke, das mach ich nie wieder. Und dann bestraft man sich wieder, macht die Ernährung noch strikter und landet nächste Woche wieder drin. Und dann geht's wieder von vorn los. Habe, aquele Periode, de Bulimia, ja vinha ali no mei da Compulsão, porque, quando eu me sentia, quando eu sentia, que tinha comido mais als escondidas, pois tentava compensar o assunto, eia casa de banho e tentava vomitar. Mir ist es bewusst geworden, dass es mir nicht gut tut, als ich im Rollstuhl gelandet bin, mehr oder weniger. Ich bin dienstunfähig geworden bei der Bundeswehr. Knochenhautentzundung mit über 20 Haarrissen an beiden Schienbeinen. Ich konnte nicht mal schmerzfrei so den Fuß aufsetzen. Halbes Jahr war ich permanent im Rollstuhl mit diesen Schmerzen. Und man denkt eigentlich nur die ganze Zeit, warum ich? Sollte ich mein Leben beenden? Oder muss ich jetzt das für den Rest meines Lebens ertragen? Foram muitos os momentos em que eu pensei, ich brauche de Hilfe, ich brauche de Hilfe. A questão aqui é, que tipo de Hilfe? Quem é que tu vai ajudar? Porque eu muitas vezes procurei ajuda e recebi humilhação. E me envergonharam. E me disseram que eu só ia ser válida se parasse de comer, fechasse a boca. Chegaram-me a dizer até, passaram um mês a pão in água, pra ver se faziam reset à minha mente e ao meu corpo. Wieder rausgekommen bin ich, nachdem ich irgendwann acceptiert hatte, dass ich diese Schmerzen habe, aber kein Bock mehr hatte liegen zu bleiben. Ich glaube, das ging alles dann relativ fix weg, nachdem mir mein Sporttherapeut, überhaupt diesen Weg eröffnete, du kommst da easy wieder raus. Und das hat-me so ein Stein vom Herzen, und dann habe ich gesagt, oh geil, ich werde wieder laufen können. Eu já tive as experiências dándo um consultório médico. E é mais importante ser humilhada. É mais importante o profissional ficar com a sensação de eu fiz o meu trabalho porque esta pessoa vai sair daqui e vai começar uma dieta e vai agarrar a sua vida. Não. Porque eu todas as vezes saí das consultas com vontade de ir a minha vida. Und es ist dank an mich, dass ich hier bin, nicht dank an diesen Medikern. Deshalb fahre ich mich so viel auf der individuellen Arbeit. Weil ich glaube, dass wir nicht die Hilfe von Medien werden können. Wir werden nicht die Hilfe von Gordophobischen Medikern. Wir werden nicht die Hilfe von Gordophobischen Familie. Wer bin ich? Was mache ich gerne? Auf mich selbst hören? Was will mein Körper überhaupt? Das verliert mich komplett in jeder Form von S-Störung. Mittlerweile ist die gesamte Thematik bei mir gar kein Thema mehr. Nachdem ich die ganze Thematik studiert habe und mich damit auseinandergesetzt habe, ich trage gar nichts mehr, ich esse nur noch intuitiv. Und ich bin glücklich, dass heute fünf Menschen, die mich nicht beurteilen, wenn ich essen. Das hat sich auch anders gemacht. Ich kann es essen im Publikum, und niemand schaut mich auf mein Brot, niemand beurteilt mich. Und ich bin mit der Freiheit.